Ja, liebe Lieben, ich bin Christian Schmeier, Patrapoch und Beziehungscoach, aber auch früher viel im Bereich Neuropsychologie tätig, habe auch oft ADHS-Diagnosen gemacht, für Erwachsene vor allen Dingen in einer neuropsychologischen Klinik gearbeitet, von der neurologischen Klinik besser gesagt, und ja, es hat ja viel interessiert, mal schon ein bisschen her, dann nochmal so ein Stream, wo das viel Thema war und ich dachte mal, ich sage mal ein bisschen was dazu, während ich auf dieses Video frage eine ADHSlerin von, ich packe den Link hier natürlich nochmal unten drunter, von Hyperbole, ist das nicht auch so ein Funkkanal, was ist gar nicht so genau, ja, jetzt habe ich mich tatsächlich vertan, Hyperbole ist kein Funkkanal, obwohl diese ganze Anmutung die Themen, und ja, ich würde sagen, wir gehen das mal durch hier, wenn ich das nochmal auf Start kriege, ja, so. Mein Name ist Lotti. Mir wurde erst vor kurzem ADHS diagnostiziert, nachdem ich jahrelang mit falschen Diagnosen gelebt habe. Heute setze ich mich für mehr Akzeptanz von psychischen Krankheiten ein. Ja, ich meine, da geht es eigentlich schon los, also ADHS ist ja auch so eine Spektrumstörung, das heißt, viele haben da so in die Richtung so ein paar Symptome, ja, und dann ist halt irgendwann mal diese Diagnose losgeht, und man fragt sich bei ADHS halt nur manchmal, also ich habe mich das oft gefragt, ist das wirklich eine Störung, oder ist es einfach eine mangelnde Schnitt, also eine mangelnde Passung zu unserem Lern- und Ausbildungssystem, was, da komme ich gleich nochmal zu, eben, ja, bestimmte Typen bevorzugt und andere nicht so, und ja, natürlich gibt es ADHSler, die wirklich nur leiden, 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 da fällt es einem leichter, da über eine Erkrankung zu reden. Manchmal denkt man aber einfach, Mensch, vielleicht, ja, vielleicht kommen die einfach nur in unserem System nicht zurecht, so, ne, und eigentlich ganz normal sozusagen. Hallo Lotti. Hallo. Tokio fragt sich, was ist ADHS? Also, grob gesagt, ADHS ist Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, das ist rein medizinisch gesehen, haben wir Botenstoffe, das sind Neurotransmitter im Gehirn, die bei uns eben verändert sind, da spielt vor allem Dopamin und Noradrenalin eine Rolle, und wenn man das auf den Menschen sieht, dann haben wir große Probleme, unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, wir haben ein Problem mit Hyperaktivität und Impulsivität, und das spielt bei dem einen oder anderen eben das eine oder andere mehr eine Rolle, bei dem anderen weniger. Die Diagnostik ist... Ja, genau, das ist nämlich auch schon ein Punkt, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in 10, 20 Jahren ADHS aufgesplittet, das sind verschiedene Diagnosen, weil das ist schon sehr, ist auch ein bisschen so eine Restkategorie, wenn man nichts anderes findet, ist auch häufig eine Ausschlussdiagnose, dann ist es eben ADHS und ist schon ein bunter Mix von Symptomen und, ja, und genau, und was, was mich da auch eben so gebracht hat, zu sagen, ja, kann man das, oder soll man das als Störung sehen? Gut, es ist jetzt offensichtlich eine Störung, aber manchmal redet man auch, finde ich jetzt zumindest einen guten Vergleich, von Bauern- und Jägern-Gehirn, ne? Ich meine, es hört sich jetzt zwar eins cooler an als das andere, aber ist es nicht. Bauern-Gehirn ist halt eins, ja, so ein Bauer muss halt im nächsten Jahr will ich, keine Ahnung, gehen manipulatierte Sojabohnen ernten, muss ich jetzt anfangen, das zu pflanzen, einzukaufen, da muss ich das planen, da muss ich das wässern und so weiter. Und man sagt halt, Bauern-Gehirne werden massiv bevorzugt von unserem leeren Arbeitssystem und dann redet man bei ADHS manchmal von Jäger-Gehirn, ne? Ähm, Jäger-Gehirn heißt, okay, ich chill hier so und, okay, jetzt muss ich jagen, ne? Boah, Adrenalin, totaler Fokus, äh, vollgepumpt mit Hormonen und ich fokussiere mich jetzt auf die Jagd, 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 Jagd und dann, bumms, ist wieder Chill-Time, so, ne? Weil das ist häufig bei ADHS halt, dass, wenn die so richtig unter Strom sind, dann funktionieren die super, ne? Und haben so dann wirklich ihre fokussierte Aufmerksamkeit, während sie sonst eher so diese breite Aufmerksamkeit haben, die auch so zum, zum Bild des Jagens passen würden, wo man halt so in die Breite guckt und, ähm, ja, was raschelt da, was ist hier und was ist da? Und, äh, das finde ich eigentlich eine ganz interessante Analogie, so. Relativ unterschiedlich, aber meistens wird es durch verschiedene Testbögen, Gespräche mit Familienmitgliedern, Grundschulzeugnisse und Gespräche mit dem entsprechenden Patient oder der Patientin diagnostiziert. Genau, das ist, ähm, eben nicht mit irgendwelchen Fragebögen, wo man, wo einfach ganz viel Überschnitt ist, äh, zu, so depressiven Verstimmungen, sag ich mal. Es gibt da so Fragebögen, wo, glaube ich, die meisten einfach ganz viel ankreuzen würden und, äh, ja, dann denkt man dann, ah, ja, ich hab ADHS und, äh, das, nee, das braucht schon eine richtige Diagnostik und das ist aber auch tricky, genau, es gibt, wird da, äh, so eine neuropsychologische Diagnostik gemacht, umfangreiches, äh, Anamnese-Gespräch und diese Diagnostik ist aber auch tricky, weil es nicht so diesen einen Test gibt, ne, der, sondern es ist so ein Gesamtbild, man guckt, wie stellt er sich der an oder die Person, ne, kann sich konzentrieren und weil es gibt tatsächlich ADHSler, die dann in dieser Stress-Testsituation dann auch wieder abliefern, ne, manche zeigen dann wirklich in diesen Tests auch, äh, Limitierungen, Aufmerksamkeit, aber manchmal auch nicht und das macht es manchmal echt schwer, äh, das zu diagnostizieren, so. Muhan1908 möchte wissen, wie fühlt sich das an? Anstrengend, ich glaube, anstrengend ist das richtige Wort. Ja, das glaube ich. Ich bin immer unter Strom und irgendwie immer ein bisschen angespannt, ich bin immer in, ich hab immer das Bedürfnis, mich zu bewegen, egal ob innerlich oder äußerlich, ähm, ich finde es sehr schwer, komplett stillzuhalten, meine Finger nicht zu bewegen. Das ist die hyperaktive Seite und das erschöpft einen natürlich total. Ich kann nie zur Ruhe kommen, auch am Wochenende beim Feierabend. Ich bin immer irgendwie sehr unter Strom und das ist eben auch ein Teil der Fehldiagnose. Ja, das ist ja auch, gibt dann halt dieses mit Hyperaktivität und ADS ohne Hyperaktivität, dann fehlt halt so das H und sie hat offensichtlich auch so Hyperaktivitätsthemen. ...Germosen gewesen, weil Borderline-PatientInnen eben auch oft unter Strom stehen und spannungsvoll sind. Die Aufmerksamkeit spielt bei mir natürlich auch eine große Rolle. Ich habe unglaublich große Probleme, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Ja, das ist auch bekannt, diese Vergesellschaftung mit Borderline. Wie gesagt, da wurde das jetzt keine Kausalität. Einfach nur, habe ich jetzt auch gerade neueste Zahlen gesehen, dass 20 Prozent der BorderlinerInnen ein Thema mit ADS, aber ich muss auch sagen, auch nur 20 Prozent. Ich hätte gedacht, das wäre viel höher und ja. Es war in der Schule viel schlimmer als heute, weil ich mich eben heute auf meine Arbeit konzentrieren kann, weil sie mir Spaß macht und dann gibt es eben noch den impulsiven Teil, der vor allem... Ja, auch wieder wichtige Punkte drin für ADSler. Super wichtig, dass sie einen Job finden, während es Spaß macht, weil ADSler hassen Routine, hassen Routineaufgaben, immer wieder das Gleiche machen, drehen die völlig durch. Ich habe ja auch so ein paar Anteile in die Richtung, wenn ich Routineaufgaben machen muss, ich dreh ab, ich muss dann nebenbei einen Film gucken oder so, das ist super anstrengend. Super wichtig, dass sie einen Job haben, der eben diese Unter- oder ist es eine Unterstimulation, aber man sagt nur, auf diese Unterstimulation im Gehirn eben auf ein Niveau hebt, wo es einfach gut funktioniert, weil wenn die Sachen machen, die sie richtig spannend finden, dann kommen die gut klar. Aber ich habe auch welche gehabt, die haben sich wirklich so durch die Arbeit laviert, sag ich mal. Also einfach, ich kannte auch, habe auch welche gehabt, die haben einfach eigentlich gar nicht gearbeitet und haben das einfach immer nur so getan, als würden sie arbeiten. Und weil sie so Führungskräfte waren, konnten sie das auch sehr intelligent verstecken. Und ach, das ist wirklich krass auch. Und was wir hier auch haben, ist dieser Onset im Kindesalter. Wie gesagt, ich habe Kindern jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber ich kenne das von Paaren oder so, die ADS-Kinder haben. Also Kinder, die so richtig, die nicht nur so ein bisschen, so wie beim Kind stimmt irgendwas nicht, die so richtig ADS haben, die sprengen echt eine ganze Familie. Das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist einfach nur krass irgendwie und für die Eltern mega anstrengend auch. Aber ist bei Kindern eben auch das Problem, dass es gibt so einen weiten Range von mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht so richtig. Und ja, dann steppst du zur Diagnostik und dann erreicht es aber nicht so diese, ja, soll ich mal sagen, diese Schranken, wo es dann wirklich diagnostiziert wird. Und ja, das macht es manchmal wirklich schwierig. Und ja, auch viele Diagnosen im Kindesalter sind auch relativ nah beieinander. Es ist jetzt dies, es ist das. Und ja, es ist, wenn ich nochmal ein Video über Kinder machen soll, dann sagt mir Bescheid. Inzwischen menschlichen Beziehungen ziemlich anstrengend ist. Und ja, ich glaube, anstrengend ist eigentlich das richtige Wort. Man muss sich sehr oft versuchen zu regulieren. Und das ist einfach sehr erschöpfend. Ja, ist auch, man sagt ja immer, es soll so in zwei Lebensbereichen sich zeigen so. Und nicht nur in einem. Und genau, Beziehung könnte ein weiterer Lebensbereich sein. Micky fragt sich, wann wurde ADHS bei dir festgestellt? Also bei mir ist es relativ besonders. Bei mir wurde es erst vor circa einem Monat diagnostiziert. Auch wenn ich mir sicher bin, dass man das schon hätte früher feststellen können. Ich bin, seitdem ich 14 bin, in psychologischer und psychiatrischer Behandlung und habe mehrere Diagnosen schon als Jugendliche gestellt bekommen. Habe viele Jahre Klinikaufenthalte durchlebt und eben auch Psychotherapien. War medikamentös eingestellt. Und damals hieß es eben immer, dass ich eine Borderline-Störung... Ja, genau, das ist diese Schnittstelle jetzt wieder. Und das hört sich natürlich auf, wenn man es das erste Mal hört, denkt man auch, ja Borderline. Und da war jetzt ganz spannend... ...habe, mit der ich mich auch relativ lange ganz gut identifizieren konnte. Allerdings nur, solange ich jugendlich war, weil ich mich zu der Zeit selbst verletzt habe und eben diese bestimmten Dinge einer Borderline-Störung erfüllt habe, was heute halt eben nicht mehr der Fall ist. Ja, das kann man natürlich sagen... Vielleicht hatte sie früher Borderline, ich weiß es nicht. Aber das ist auch interessantes Forschungsergebnis, Neues, dass sich gerade Borderline... Da gibt es wirklich sehr viel Forschung zu, im Gegensatz zu Narzissmus, wo es erschreckend wenig Forschung gibt. Deswegen wird ja auch dieses ganze Diagnosesystem gerade, ja, auf dem Prüfstand bestellt. Und, ja, aber das sich eben nicht zeigen lässt, dass Borderline so stabil ist, wie man gedacht hatte. Sondern du testest ein paar Jahre später nochmal und, ja, werden die Diagnose-Kriterien nicht mehr erreicht. Gibt es auch viel mehr, als man gedacht hat. Lena Nahler fragt sich, woran hast du gemerkt, dass die vorigen Diagnosen nicht stimmen? Dass ich keine Borderline-Störung habe, war für mich tatsächlich lange schwierig zu akzeptieren, so doof das klingt. Ich war letztes Jahr in einer Klinik hier in Berlin und da wurde eben dann das erste Mal ausgesprochen, dass ich keine Borderline-Störung habe. Ja, das finde ich auch richtig gut, dass die einfach nochmal richtig, ja, richtig angeguckt haben und haben dann einfach eine starke Differenzialdiagnose gestellt. So muss das sein, ja. Ich habe, was für mich ein ziemlicher Schock war, weil man, wenn man, seitdem man 14 ist, sich mit einer Diagnose irgendwie identifiziert und sich damit beschäftigt und versucht, seine Strategien zu entwickeln und irgendwie damit zu leben, ist das ein ganz schöner Schock, wenn einem das auf einmal weggenommen wird. Nachdem ich dann aber mit den Ärztinnen da gesprochen habe und die mir erklärt haben, warum das einfach nicht mehr oder nicht der Fall ist, weil ich eben nicht in das Raster passe, ja, haben sie eben dann da eine depressive, also eine Depression mit emotional instabilen Akzenten draus gemacht, mit der ich auch fein war. Aber ich habe irgendwie immer noch gemerkt, dass das, dass das nicht das ist. Also ich habe verstanden, warum es vielleicht keine Borderline-Diagnose mehr ist, aber ich habe halt gemerkt, dass da irgendwas anderes noch ist. Jamie? Okay, und wann kam dann jetzt ADS ins Spiel? Das haben wir jetzt nicht verstanden, ne? 1887 fragt sich. Wie wird dein Alltag dadurch beeinflusst? Also ich wohne mit meinem Freund zusammen und es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er natürlich einfach nicht so denkt wie ich. Und ich oft sehr schnell grundlos wütend werde oder impulsiv bin und das für einen Partner manchmal ein bisschen schwierig ist zu akzeptieren. Und für mich dann aber auch… Ja, so diese Impulsivität, also das haben auf jeden Fall nicht alle, also das, ja. Auch in den Momenten meistens schwierig ist, mich zu regulieren und ich sehr oft einfach alles in Frage stelle, sowohl meine Beziehung als auch meine Freundschaften und so weiter. Laurenz Schreiber fragt sich, bei welchen Tätigkeiten stört dich dein ADHS am meisten? Ich kann überhaupt keine Bücher lesen. Ich würde manchmal gerne lesen, aber es funktioniert einfach nicht. Ich kann einen Satz fünfmal lesen und weiß immer noch nicht, was drinsteht. Vor allem ist es super anstrengend, wenn man zur Ruhe kommt. Also wenn ich abends mit meinem Freund vor dem Fernseher sitze, dann hibbel ich automatisch immer mit dem Bein oder mache irgendwas mit meinen Fingern. Ja, also das ist natürlich ganz typisch. Also dieses Routineaufgaben, Buch lesen, solche Sachen. Und das zeigt sich eben auch, dass es dann häufig in der Schul-Studien-Karriere-Schwierigkeiten gibt. Also Menschen mit einem richtig harten ADHS, die haben schon echt Schwierigkeiten, da so eine Schul-Studien-Laufbahn vernünftig zu beenden und brauchen da viel Support. Und da muss man auch wirklich überlegen, welcher Beruf ist der richtige? Ist so ein Lernberuf da der richtige oder mehr? So ein Beruf, wo man halt sehr praktisch arbeitet. Das kommen viele besser mit klar dann. Und wo es so ganz klare Strukturen gibt. Ja, das ist auch so ein Teil der Behandlung sozusagen. Also eine Gebrauchsanleitung für das Gehirn zu kriegen und auch zu überlegen, was passt da jetzt so. Oder bin irgendwie immer unterschwellig in Bewegung, was mir die letzten Jahre gar nicht so richtig aufgefallen ist. Aber wenn man jemanden neben sich sitzen hat, dem das extrem auf die Nerven geht, dann kann das manchmal auch zu Konflikten führen. Und in hoher Situation ist es auch manchmal ganz schön nervig. Juli möchte wissen, gibt es Unterschiede zwischen Männer und Frauen, die ADHS haben? Nein. Es gibt Unterschiede zwischen Männer und Frauen in einem Funk-Video oder Hyperbole-Video. Ich bin fassungslos. Mach keinen Scheiß. Es gibt auch keine Unterschiede. Ja, da gibt es riesige Unterschiede sowohl in der Diagnostik als auch in den Symptomen. Zum einen sind Frauen einfach krass unterdiagnostiziert, weil sich zum Beispiel die Hyperaktivität in anderen Dingen äußert. Frauen reden sehr, sehr viel, also fangen an sehr viel zu reden und können nicht so richtig filtern, wann kann man jemanden unterbrechen, wann nicht. Ich finde selten Punkt, vor allem wenn es Dinge sind, für die ich brenne, dann kann ich... Also ich kenne das so, als dass Mädchen oder Frauen öfter so dieses, so ein träumerle ADS haben. Dass sie also nicht so, was sie ja schon hat, dieses harte Hyperaktivitätssymptome hat irgendwie. Sondern ja, dass die so im Klassensender sitzen und träumen und träumen, gucken aus dem Fenster und kriegen nichts mit, dass das so eher weibliche Teil mehr betrifft. Ich habe einfach nicht mehr aufhören zu reden. Bei Männern ist eben oft dieses typische Hyperaktivitätsding, also das offensichtlich körperliche Hyperaktivitätsding-Problem. Das habe ich halt... Also Frauen lernen halt von klein auf, wie sie sich zu verhalten haben und dementsprechend verbirgt man das immer so ein bisschen. Ich wippel halt ein bisschen mit dem Bein oder bin immer mit meinen Fingern am, ja, verkrampfen ein bisschen oder so. Dafür sind halt auch ursprünglich ja Fidget-Spinner oder irgendwelche Würfelchen, wo man drauf rumdrücken kann, gedacht, damit man eben was in der Hand hat, womit man sich beschäftigen kann. Bei Frauen ist es zudem oft unterdiagnostiziert, weil man viele Dinge einfach nicht als ein Symptom annimmt. Also es ist halt oft, wenn jemand viel redet, ja, dann labert die halt gern oder sonst was. Das, was man halt immer sehen muss, ist halt, dass das nicht nur ein Symptom ist. Also wenn ihr jetzt gerne redet, heißt das natürlich nicht, dass ihr ADHS habt, sondern das ist immer das große Ganze, was man sehen muss. Und das ist bei Frauen einfach viel versteckter und findet oft viel mehr im Inneren. Also dass jetzt viel reden ADHS-Symptome ist, das hätte ich tatsächlich jetzt nicht so auf dem Schirm. Statt mit innerer Unruhe oder, ja, anderen Symptomatiken, die Männer vielleicht eher nach außen spielen. Gabriel Kleine interessiert, wie kann man ADHS therapieren? Vorab, man kann es nicht heilen. Das ist wie mit vielen psychischen Krankheiten so. Heilen kann man es nie. Man kann halt lernen, damit umzugehen. Das Gute ist, dass ich mir die letzten Jahre einfach viele Strategien entwickelt habe. Sowas lernt man aber, wenn man es neu diagnostiziert bekommt und vielleicht auch noch nicht so viele Vorterapien und Vordiagnose wie ich jetzt hatte. In der Verhaltenstherapie, da lernt man eben Strategien, wie man mit bestimmten Symptomen umgehen kann. Und dann gibt es natürlich die medikamentöse Behandlung. Die, ja, die ist sehr umstritten, aber es ist da wie mit allem anderen auch. Jeder, der ADHS hat, ist anders. Jeder reagiert auf Medikamente anders. Ja, genau. Also es ist sowieso, sie macht ja wirklich einen super Überblick hier, die Betroffene, sag ich mal. Und es ist, glaube ich, immer auch wirklich viele mit zu tun. Und genau, es gibt so eine Fallenstherapie, ja, was man sich vielleicht nicht so vorstellen kann wie eine Fallenstherapie bei anderen Sachen. Das ist halt speziell für ADHS und muss man auch wirklich Ahnung haben von einem Sujet und, aber haben die sicherlich. Und genau, dann entwickelt man halt einen Umgang damit. Und genau, es gibt die medikamentöse Schiene auch für Erwachsene. Ich meine, das wäre sogar, früher war das so off-label. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht mehr off-label. Und, ja, es gibt Leute, die kommen halt ohne Medikamente, können die am alltäglichen Leben nicht teilnehmen, brauchen das halt. Und klar, es wird sehr kritisch gesehen, ja auch zu Recht, denke ich, ne. Klar, wenn man, weiß ich nicht, super viel Kinder Medikamente kriegen, das will natürlich auch keiner. Aber man sollte das nicht so wegdiskutieren, ne. Also wenn man wirklich, das kann wirklich Ausmaße annehmen. Sollte Menschen da auch nicht für kritisieren, wenn sie Medikamente nehmen, weil manchmal geht's einfach nicht anders, ne. Bei jedem sind die Symptomatiken anders und jeder empfindet es auch anders schlimm. Einige können damit gar nicht ihren Alltag bewältigen. Ich krieg's ganz gut hin, aber es ist halt bei jedem anders. Und genauso ist es mit den Therapiemöglichkeiten. Aber man kann auf jeden Fall lernen, damit umzugehen. Tuana Pala möchte wissen, bekommst du Medikamente? Ja, ich bekomme Ritalin. Kurz, was ist Ritalin eigentlich? Ritalin ist eigentlich dazu da, um eben diese Veränderungen, die wir in unserem Gehirn haben, auszugleichen. Also, dass meine Botenstoffe irgendwie so eingeglichen werden, dass ich wie ein normaler, gesunder Mensch mein Gehirn arbeite. Das Ritalin soll dazu dienen, mich eben ein bisschen, also meine Hyperaktivität zu senken, mich ruhiger zu machen, nicht so unruhig zu sein, auch innerlich. Das stärkt natürlich die Aufmerksamkeit, also man soll sich besser konzentrieren können und auch die Impulsivität soll es runterbringen. Ritalin ist halt auch krass stigmatisiert. Das ist halt die Studi-Droge, was viele nehmen, um stundenlang lernen zu können oder auch zum Feiern gehen. Wenn man kein ADHS hat, macht das einen wach und lässt einen nächtelang durchlernen. Anna K. möchte wissen, gibt es den Hyperfokus? Gut, also ja, das ist ja auch Teil der Diagnostik, dass man fragt, gibt es paradoxe Effekte? Weil, wie gesagt, normalerweise Aufputschmittel, ja, putschen natürlich auf, aber bei ADS dann ist es tatsächlich so, dass die ruhig werden damit, ne? Also mit Ritalin oder, wenn man mal fragt, habt ihr mal Koks genommen oder so und das der Fall ist, dann sagen die auch, ja, es hatte nicht die typische Wirkung, sondern eher eine paradoxe Wirkung, ne? Und das scheint es wohl sogar auch teilweise bei Lokalanästhetika und ich weiß nicht was zu geben. Ähm, ja, spannend, 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 spannend. Ähm, ich mach mal hier einen Cut, guckt euch gerne weiter an, vielleicht fragt ihr euch noch, wie entsteht ADS, ADHS und ja, ist wieder die für manche vielleicht unbefriedigende Antwort. Das ist so, ich hab jetzt eben mal gelesen, zu 70 bis 80 Prozent, ähm, genetisch bedingt und vererbt wird. Und natürlich hat man manchmal das Gefühl, es kommt bestimmte Familien häufiger vor, da muss man sich mal fragen, sind die Familien so durcheinander, weil vielleicht jemand ADS hat oder, ähm, ja, führen diese vielleicht irgendwie betroffenen, auffälligen Familien dazu, dass man ADS kriegt? Also sicherlich wird es auch irgendeine Umweltkomponente geben, wird ja auch viel diskutiert, aber ist halt schwer zu belegen. Aber tatsächlich, ich hab, ich hab früher auch mal gefragt, äh, weiß nicht, gibt's einen Vater, eine Mutter, ähnliche Probleme hat, weil einfach diese, ja, genetische Weitergabe so krass ist. Ja, äh, freu mich auf Kommentare zu diesem Video, wenn ihr mehr so in die Richtung haben wollt, äh, signalisiert es mir. Meine Arbeit eher um Dating, Beziehung und Liebe findest du auf, äh, liebeschiff.de und, äh, aber, ja, ich bin flexibel, wenn es mal andere, wenn ihr mich in anderer Weise nutzen wollt, dann, äh, lasst es mich wissen und wir werden uns bald wiedersehen. Und schaut euch natürlich das Video zu Ende an, hier auf Hyperbole, ich packe den Link unten rein. Vielen Dank. Musik